Hallo liebe Forge of Empires Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Da ich auf einer Nebenwelt des Feudal Japan noch einmal angefangen habe und festgestellt habe, wie schön es ist, die japanische Kultur zu spielen, wollte ich euch noch einmal zeigen, wie man hier am besten durchkommt. Vorneweg, die Japaner sind eine sehr, sehr schnelle Siedlung und ihr kommt sehr, sehr schnell zum Schluss. Der entscheidende Punkt hierbei ist der Händler, den ihr freischalten könnt und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr damit am besten umgeht. Um den Händler freizuschalten, achtet auf eure Entwicklung und schaltet zunächst erstmal den Shintu-Schrein frei, mit dem ihr dann zusätzliche Münzen produzieren könnt, um eure Produktion anzukurbeln. Ich mache mit dem gesammelten Soja erst einmal gar nichts, außer das so weit zu sammeln, dass ich die Galerie freischalten kann. Weil die Galerie bereits der Punkt ist in den Aufgaben, wo man den Händler freigeschaltet bekommt. Das ist die Aufgabe 6 und wenn die abgeschlossen ist, dann kann man mit dem Händler interagieren. Ich stehe jetzt hier kurz vor dem Punkt, dass ich die Galerie freischalte. Mir fehlen noch zehn Sojabohnen, wie ihr seht, und die werde ich jetzt hier einsammeln. Nun kann ich die Galerie freischalten, wenn ich meine Kultur ein Stück weit umbaue. Dazu reiße ich noch mal Gebäude ab und stelle weitere Diplomatiegebäude. Und auch das Sojabohnenfeld reiße ich bereits ab. Jetzt müssen wir kurz warten, dass die Diplomatie aufaddiert wird. Und dann kann man im nächsten Zug auch die Galerie kaufen für die 35 Sojabohnen. Wie ihr seht, habe ich bisher keine weiteren Erweiterungen gekauft, sondern spare wirklich nur mit den Sojabohnen auf diese Galerie. Jetzt erdeht sich hier die Diplomatie obendrauf und jetzt reicht es aus, dass ich mir die Galerie freischalten kann. Und die Aufgabe erfordert, dass man eine Galerie besitzt. Also baue ich sie mir an die Stelle, wo vorher das Sojabohnenfeld stand und kann jetzt hiermit die Aufgabe abschließen und mir auch den ersten größeren Preis holen, und zwar den Händler. Und der ist jetzt sofort verfügbar. Und das Besondere ist, dass ich mir in den meisten Fällen sogar dann direkt im Anschluss Erweiterung holen kann. Das heißt, das Sparen der Erweiterung an dieser Stelle lohnt sich, weil man im Prinzip sofort, wenn man den Händler freigeschaltet hat, dann auch seine ersten Erweiterungen nutzen kann und dann eben nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Und je früher man den Händler freischaltet, desto schneller kommt man eben auch durch die Siedlung. Generell funktioniert der Händler wie eine ganz normale Verhandlung. Da hilft natürlich jetzt hier in meinem Fall der FOE-Helfer. Wenn ihr das Ganze am Handy spielt und Probleme habt mit den Verhandlungen, dann empfehle ich euch mein Video zu Verhandlungen, wo ich nochmal ein paar Strategien erläutere, wie man besser verhandeln kann. Ich erledige immer alle drei Verhandlungen. Sofern ihr eine Verhandlung abbrecht, müsst ihr warten bis zum nächsten Tag und habt erst dann die Möglichkeit, weitere Güter für die kulturelle Siedlung zu bekommen. Das Besondere ist, dass man beim Händler nicht nur die Güter bekommen kann, die von vornherein angezeigt werden. Ihr könnt sogar mit etwas Glück eine Vervierfachung auf den Händler bekommen und habt dann dadurch noch mehr Güter im Inventar und könnt eben auch diese nutzen. Wie ihr seht, habe ich bereits eine weitere Quest abgeschlossen. Das ist die Quest, wo man Gemälde sammeln muss, nachdem man die Galerie konstruiert hat und diese Quest habe ich jetzt durch den Händler abschließen können. Auch die Quest danach kann ich bereits abschließen, da ich über 100 Diplomatie habe und muss jetzt auf die nächste Möglichkeit warten, um an den Waffenmeister zu kommen. Wie ihr seht, haben sich meine Güterbestände durch den Händler jetzt deutlich erhöht. Ich besitze jetzt 25 Gemälde und 10 Rüstung. Und die kann ich jetzt eben auch direkt einsetzen und in Erweiterung umsetzen. Es lohnt sich also, nicht Erweiterungen für Sojabohnen auszugeben, sondern so lange zu warten, bis man die notwendigen Erweiterungen hat, um die Galerie freizuschalten. Und direkt im Anschluss kann man dann sogar gleich mehrere Erweiterungen freischalten, wenn man nicht ganz viel Pech hat. Auch hier würde ich empfehlen, darauf zu achten, dass ihr euch Erweiterungen besorgt, die keine Hindernisse drauf haben oder zumindest Hindernisse so platziert haben, dass sie euch nicht großartig stören. Eine Erweiterung, die jetzt nicht ideal wäre, wäre, glaube ich, hier die hinter dem Rathaus, da dort ein großes Hindernis zu finden ist. Auf der anderen Seite ist es aber, denke ich, eine ganz gute Erweiterung und deswegen werde ich mir die bereits freischalten und ebenso die hier unten, die auch keine Hindernisse enthält. Mit den Rüstungen werde ich mir hier diese Erweiterung freischalten. Die hat zwar ein Hindernis, aber das ist relativ gut platziert, da es sich am Rand befindet. Mit den drei neuen Erweiterungen werde ich jetzt meine Stadt umbauen und die Entwicklung meiner Stadt weiter vorantreiben. Ihr könnt den Händler alle 24 Stunden nutzen. Ihr seht hier den Timer, er läuft runter und dann kriegt ihr wieder drei neue Angebote, wo ihr eben erneut Güter gewinnen könnt. Auch hier würde ich empfehlen, darauf zu achten, wenn ihr jetzt speziell Güter zum Beispiel für eine neue Quest sammelt, mal einen Blick in euren Händler zu werfen, ob ihr nicht vielleicht bereits alle Güter zusammen habt. Beispielsweise müsste ich jetzt als nächstes den Waffenmeister freischalten und brauche dazu 33 Sojabohnen und 42 Gemälde und ich werde morgen in 24 Stunden erstmal einen Blick drauf werfen, was ich jetzt an Gemälden und Sojabohnen schon über den Händler bekommen kann und mich auf jeden Fall darin orientieren, was ich jetzt noch brauche und eventuell andere Produktionsgebäude aufstellen, weil ich durch den Händler bereits gewisse Güter abdecken kann. Generell solltet ihr dieses bis zum Ende im Blick behalten, denn insbesondere am Ende hat man oft eine Überproduktion, weil man nicht daran gedacht hat, dass der Händler ja nochmal zusätzliche Güter bringt und bereits im Voraus zu viele Güter über die Produktionsgebäude produziert hat und immer im Kopf behalten, nicht nur eure Produktionsgebäude können die Vervierfahrung erhalten, auch der Händler. Das soll es soweit zur Kultur des feudalen Japans gewesen sein. Denkt daran, den Händler so früh wie möglich freizuschalten, achtet auf den Händler und produziert keine unnötigen Güter, denn euer Händler tut das bereits für euch mit ein paar Verhandlungen und beim Freischalten der Erweiterung könnt ihr die Hindernisse im feudalen Japan ja nicht entfernen, deswegen achtet sofort darauf, dass ihr möglichst wenig Hindernisse auf euren Erweiterungen habt und diese, wenn sie denn vorhanden sind, dann günstig platziert sind. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Abschließen der kulturellen Siedlung und hoffe, diese Tipps haben euch ein bisschen weitergeholfen und wenn das so ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne auch meinen Kanal, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Vielen Dank.